Geht es dir auch so, dass du beim Thema Armut an etwas denkst, was ganz weit weg ist? Am anderen Ende der Welt? Ja, aber auch wenn wir hier in Köln mit offenen Augen durch die Straßen spazieren, können wir Menschen sehen, die von Armut betroffen sind, die nicht von der sozialen Sicherung aufgefangen werden und zum Beispiel ihre Wohnung verlieren. Was kann ich also dafür tun, um das Ziel Nummer eins zu erreichen? Ich kann zum Beispiel fair gehandelten Kaffee kaufen, denn die Menschen, die Ideen am anderen Ende der Welt produzieren, werden dafür gerecht entlohnt und können so ihre Existenz sichern. Und hier in Köln? Es gibt die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens und wir könnten mal darüber nachdenken, ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre, um die Existenz von den Menschen hier vor Ort zu sichern. Außerdem gibt es hier in Köln jede Menge Vereine und Projekte, die sich für Wohnungslose engagieren und die sich über deine Unterstützung freuen.